Ja, das ist nicht schlimm. Das machen, Kids. Hey, ihr zwei. Wie gehts? Wir sind okay. Wir haben nur ein bisschen spät. Wir alle tragen schäuze, und ich mag es nicht. Es ist wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht verwendet. Entschuldigung, wie sind wir? Wir sind nicht verwendet. Wir wissen, wie wir das Schraubchen-Laschlighten haben? F***. Wir haben nicht viele von diesen Schraubchen. Ja, das ist ein Problem. Die Schraubchen und die Blume sind alle buchten. Ich habe ein bisschen Schraubchen-Laschlaubchen. Ich habe es versucht, die Schraubchen-Laschleunen zu verbrechen. Ich habe es versucht, die Kinder zu schraubchen. Ich habe es vergessen. Ich habe es versucht, die Schraubchen-Laschleunen zu verbrechen. Danke, Lea. Aber wir brauchen sie. Es gibt keine Wahrheit über das. Ich spreche mit dir später. Habt ihr mit Lilliette gesprochen? Ja, sie denkt, die Suppe sind weggegangen. Sie sind weggegangen. Wir haben ein paar Künstler, auch. Ich werde sie in. Danke, dass du das machst. Was ich wollte sagen, war ich viel zu denken. About dich. Was? Du bist ein Verkundigter. Carly, Jesus! Und ich denke, dass Leute wissen müssen. Nicht, weil sie es verdient sind, und nicht, weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen zwei Sachen. Menschen müssen wissen, weil wir hier stehen, und ich kann nicht sehen, Lilliet zu sprechen über dich, ohne zu denken, dass es die nächste Sache, sie wird sagen. Du musst nicht sagen, aber denken, wie du glaubst, und nehmen die Möglichkeit, während du es hast. was? Du bist wahrscheinlich richtig. Natürlich, ich bin wahrscheinlich richtig. Leute können sich schmerzen, und sagen sie, es könnte ein paar Probleme geben, aber es wird ein langes Lachen von dem, was passieren, wenn sie es nicht von dir hören können. Ja. Ja. Also, du machst das dann? Ich werde die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für die besten. Du wirst mich später bedanken. Mhm. Okay, Kadi. Ja. Das ist einfach kaputt. Okay. Okay. Du fühlst dich hier? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. Okay. I don't know, this place is fine, but we all know that that could change at any second. Richtig. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them, but everyone is different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. I'm gonna look into this thing. Good idea. Hi guys. I'm gonna look into this. I'd like to try this to be a good one. I'd like to try this to be a good one. I'd like to try this one. I'm gonna say something. Yeah? What have you got? Es ist ernsthaft. Okay, sollte ich nach unten sitzen? Komm schon. Ich war, äh, auf mein Weg zur Prise drei Monate vor. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Es war nicht für Kinder, war es? Nein, es war nicht. Weil wir zwei hier haben. Ich habe einen Mann in einer Krieg. Ich werde mich überrascht, ob etwas anderes in deinem Pass kommt? Nein. Gut. Aber du solltest wissen, wenn wir die Zahlen machen, wenn es um ein Boot geht, wird das wichtig. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich mit dir sprechen? Sure. Ist alles okay? Ich war, äh, auf mein Weg zur Prise drei Monate vor. Ich weiß nicht, dass du immer mit mir schreitst. Ich weiß nicht, ob du das noch können, wenn du, 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 wenn du? Weil du, wenn du, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, da irgendwie gewollt bist. Das war für GeTH. Warum? Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir das ihr jetzt sagen, könnte das einen Riesenstreit geben. Also ist das gar kein Thema bis jetzt. Okay, wir gucken uns mal hier hinten um. Hier sind die Glassterben. Meine S gucken uns. Wir heben die mal auf. Die passen. Hebt doch mal den Rest lieber auf. Da ist nix. Hm, hm, hm. Pink. Hm. Duck. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Viel Spaß. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine Sonne, wir haben Blumen, wir haben ein X. Jetzt müssen wir mit Clementine sprechen. Jetzt führt kein Weg dran vorbei. Hey, Ben, ich brauche ein piece of chalk. Do you know where I can get any? Why would I have any? Just asking around. Well, I don't play with that stuff. I've got my, well, my thoughts, and I've been reading the Bible I found in my room. That's what it's there for. Okay, wir sprechen mal mit Clem. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Hm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. Mm-hmm. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Danke dir. Aber du bleibst drin. Cool. Alles klar. Okay, ich würde gerne mal hier drüben gucken. Können wir hier drüben noch was machen? Anscheinend nicht. Dann würde ich, ehrlich gesagt, gerne mal... Sagst du, das machst du super? Dann musst du gestehen, ich würde... Ne, ich glaube, wir müssen... Warte mal, wir reden. Wir fragen mal... Ich würde sagen... ...wie... ...mit ihr geredet. Wir gehen kurz mal rein... ...und sagen, Lilly, was wir bis jetzt gefunden haben. Ich glaube, das ist eine verdammt wichtige Sache. Findet ihr was? Ich muss dir was sagen. Ich muss dir was sagen. Wir müssen trotzdem nochmal zu ihr. Ah, ich drehe nur kurz die Zigarette zu Ende. Hey. Find anything? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to. Not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe tree? Don't you? We're going to live on the water because we assume... ...they can't swim? We're alive because we've stayed here. That's as far as the discussion needs to go. Are you worried about morale at all? The darker things get, the more we have to worry about people giving up. Tell me about it. I know you won't. I'm worried, but what can we do? I don't know. I'll be back. Okay, anscheinend haben wir doch noch einen Hinweis noch nicht gefunden. Ähm, das Ding ist, weil da konnten wir eigentlich nicht mehr hin, ne? Da hatten wir jetzt nur die Möglichkeit, mit ihm zu quatschen und uns das anzusehen. Was ist denn da auf dem Boden? Auf dieser Blick. Das Ding ist, guck mal, da. Dann geht's jetzt mal heraus vor die Tore. Alles klar, ready? Okay, warum sind sie so ruhig? Komisch, sie wollten die Molkerei, ne? Dann glaube ich, ist sie doch nicht... Also Lindy doch nicht so paranoid, wie alle sagen. Huh. Was haben wir da? Jetzt knallt's. Du hast nichts mitgebracht, hast du? Ich habe das mitgebracht. Es hat ein paar Meds in es. Es war in der Grete auf der Bühne. Und da ist ein Sign auf der anderen. Holy fuck. Ja. Okay, wir lineen alle, alle. Alle. Somebody ist uns zu töten. Stehling von dieser Supply ist das gleiche wie slipping in deine Wohnung in der Nacht, und cutting deine throat, während du schlägst. Du sterben. Was ist die Unterschiede? Was ist wenn Clementine getrennt und wir nicht haben, was wir brauchen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben unsere Leute da draußen. Holy shit. Was machen wir? Oh, shit. Sie werden in die Tür in ein Sekunden. Lilly, was in der Hölle bist du? Stoll sie. Was? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Oh, come on. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it asshole. Take it easy. Ich will keinen Streit. Was tut ihr? Kommt lieber raus. Wir können die Idee fortführen. Wir haben mehr Supply. Wir können das deal gehen. Too late, shithead. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Es war ein Mix-Up. Wir machen es ein Mal. Ich bin listening. Wir lassen euch alles. Wir lassen uns alles weg. Wir lassen uns aus hier raus. In den Hintern hab ich geschossen. Ach du Heilige. Jetzt kommen sie. Holy macaroni. Tschüss. Ganz kurz. Zack, zwei haben wir dezimiert. Jetzt, heide, heide, heide. Rein, los jetzt. Clem. Wir müssen unbedingt auf die andere Seite. Unbedingt. Okay, da ist schon der erste Zombie. Das lockt wieder. Zack, ersten. Zweiten. Da ist noch einer. Dritten. Jetzt rein ins Wohnmobil. Los, 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 los. Holy crap. Holy crap. Los, 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 los. Schau. Ich geh nochmal rüber. Ich geh nochmal rüber auf die Seite. Wow, jetzt kommen sie aber hier wirklich durch den Horden. Holy macaroni. Nein, daneben. Halt. Holy macaroni. Holy macaroni. Lilly, komm. Los jetzt. Der Platz, das Motel ist überrannt. Da kann man nichts mehr machen. Holy crap. Und da kann man nichts mehr machen. Ich hab' mit. Musik. Ich hab' mit. Vielen Dank.